Ja, Martinus schrieb sehr viel über diese Themen, aber grundsätzlich, dann ist ja also die Martinus-Kosmologie eine Morallehr. Was ist gut und was ist falsch, was ist richtig? Und Martinus will ja dazu stimulieren oder anreizen, inspirieren, Nächstenliebe zu praktisieren. Martinus hat ja eine Geisteswissenschaft, er hat das Leben in einer logischen und intellektuellen Art und Weise erklärt. Und für viele ist es ja eine Glaubensfrage. Glaubt man an ein Leben nach dem Tode? Glaubt man an die Reinkarnation? Aber ich meine, man kann es zu einer wissenschaftlichen Frage machen, weil es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat das Leben einen Anfang oder das Leben hat keinen Anfang. Und die Naturwissenschaft, die sind davon überzeugt, dass das Universum hat einen Anfang gehabt, das Leben hat einen Anfang gehabt. Und Martinus meint, dass das Leben hat keinen Anfang gehabt und das Bewusstsein hat auch keinen Anfang gehabt. Und das ist ja, finde ich, fast eine wissenschaftliche Fragestellung. Die Naturwissenschaftler, wie Martinus meint, es gibt ein Gesetz von Ursache und Wirkung. Und Martinus meint, das Einsicht, das am Boden, in Martinus-Kosmologie liegt eigentlich diesem Satz, dass etwas kann nicht vom Nichts entstehen und etwas kann nicht zur Nichts werden. Das heißt zum Beispiel Energie, man kann nicht Energie aus Nichts machen und man kann auch nicht die Energie vernichten. Das heißt, weshalb ist die Energie? Die Energie hat eine bloße Existenz, die existiert bloß. Man kann es nicht erklären. Und das heißt, Martinus meint, man muss also wirklich unterscheiden zwischen ewigen Analysen und Analysen der erschaffenden Dingen. Aber an die Unis, in der Naturwissenschaft, beschäftigt man sich nur mit Dingen, die erschaffen sind. Die hat einen Anfang und die haben einen Schluss. Aber Martinus meint, es gibt doch auch andere Phänomene. Und zum Beispiel die Existenz der Energie, das ist eine existenzielle Frage. Die Energie existiert bloß. Und dann sagt Martinus, ja aber, man kann ja nicht Bewusstsein auf etwas Todes machen. Man kann nicht leben auf etwas Todes. Das ist genauso unmöglich, wie es ist, Energie aus Nichts zu machen. Das geht nicht. Für mich ist das viel wissenschaftlicher. Aber mit der Intelligenz beschäftigt man sich eigentlich nur mit erschaffenden Dingen und man analysiert Einzelheiten. Aber mit der Intelligenz, die Martinus hat, dann sieht man größere Zusammenhänge und man kriegt einen Überblick. Und Martinus macht ja einen totalen Überblick. Für mich ist die Martinus-Kosmologie die Theorie von allem. Man spricht davon in der theoretischen Physik, aber in Wirklichkeit. Dann ist also Martinus-Kosmologie die Theorie von allem. Martinus spricht von einer ewigen Vergangenheit und einer ewigen Zukunft. Er spricht davon, es gibt Leben im Zwischenkosmos. Aber Organe, Zellen, Molekülen und das ist Lebewesen. Und das setzt fort in aller Ewentigkeit im Mikrokosmos. Und in aller Ewentigkeit im Makrokosmos. Existiert dann mehr. Man nimmt also das ewige Raum, die ewige Zeit, dann ist alles mitgenommen. Und wenn man alles mitnimmt, dann kriegt man so ein tolles Überblick. Und Martinus meint also, dass es gibt nur zwei Erlebnisse. Es gibt was ist behaglich und was ist unbehaglich. Aber im tiefsten genommen, dann gibt das Lebenserleben. Und das ist so eigentümlich mit Martinus Wendby. Der kann erklären, dass das unangenehm hat einen Zweck. Wir müssen Kontrasten haben und wir lernen durch das Unangenehme. So auf eine Art und Weise ist es trotz aller Deme etwas Gutes. So Martinus spricht von das angenehme Gute und das unangenehme Gute. Und da meint Martinus also, dass alle sämtliche Lebewesen haben ein ewiges Ich und ein ewiges Bewusstsein. Bewusstsein ist die Fähigkeit etwas zu erleben und das ist sich zu manifestieren. Oder man kann sagen, das Lebewesen hat eine Fähigkeit, einen Eindruck zu bekommen und dann kann es einen Ausdruck dafür. Das ist nie entstanden. Das ist etwas, das bloß existiert. Und da meint Martinus ja, dass es ist so schön zu sterben. Das ist fast so ein Urlaub, Sommerurlaub. In der Schule hat man die erste Klasse, zweite Klasse. Aber inzwischen gibt es einen Urlaub. Dritten Klasse Urlaub, vierten Klasse Urlaub. Und deshalb ist die physische Welt, das ist die Schule des Lebens. Nach einem Leben kriegt man Urlaub, kehrt zurück im nächsten Leben. Aber wie in der Schule wächst man immer an, die ganze Martinus-Kosmologie ist eine Entwicklungslehre. Man kann sich nur auf eine Art und Weise entwickeln, das ist durch Erlebnissen. Aber die Naturwissenschaft meint, man entwickelt sich durch Mutationen und den Kampf ums Überleben. Dass unserem Gehirn, wir sind intelligenter geworden, weil diese DNA-Moleküle in eine fehlerhafte Art und Weise kopiert worden sind. Und dadurch hat er seinen Überlebungsvorteil. Das heißt, es ist nicht, weil wir unsere Intelligenz geübt haben, nur wegen Fehlkopierungen. Aber das hört sich ja in meinen Ohren ein bisschen lustig an. Das Logische ist doch, die Basis für alle Entwicklungen ist, dass man übt sich, man trainiert, man erlebt, man sammelt Informationen rein. Und dann meint Martinus, der Tod ist wirklich etwas sehr Schönes. Und das ist wie Sommerurlaub. Aber viele Materialisten glauben daran, wir leben nur einmal. Und dadurch hat man ja Angst vor dem Tod. Und man trauert und trauert, wenn der Ehegatte stirbt und die Kinder oder Eltern stirbt. Das heißt also, wenn wir wirklich nur einmal leben, dann ist es auch total tragisch. Dass anderen erleben und man wird traurig und man kann dafür Angst haben, selbst zu. Aber mit einem ewigen Leben, dann wird es ja schön. Und ich müsste ja ganz persönlich sagen, ich freue mich eigentlich auf meinen Tod. Also nicht, dass ich sofort sterben will, aber es gibt ja auch viele Menschen, die haben wir naher Toderlebnissen gehabt. Und das hat auch ihr Leben total verändert. Sie haben mit eigenem Sinn in ihr Bewusstsein außer dem physischen Körper erlebt, dass sie sind unsterblich. Das Leben ist ewig. Und das ist eine Welt der Licht und Verständnis und Vergebung und Liebe und sowas. So, ich muss ehrlich gestehen, darauf freue ich mich. Aber Martinus hat dann, also diese Entwicklungslehre, jedes Mal, wenn man sich geübt hat und trainiert, dann schafft man ein Talent. Und Martinus spricht von Talentkernen. Aber die vergehen nicht, wenn der Körper stirbt. Die werden in Ewigkeitskörper gespeichert. Wir haben alle Lebewesen, hat ein Ewigkeitskörper. Und dadurch können die Entwicklungen ja kontinuierlich gehen. Und die Entwicklung ist wie eine Einbahnstraße. Es geht immer vorwärts. Ja, wir können ja sehr schlimme Fehler machen und das sieht schlimm aus. Aber in Wirklichkeit lernen wir ja sehr viele von unseren Fehlern. Die sind am wertvollsten in Wirklichkeit. So, deshalb kann man sich darüber freuen. Auch wenn man etwas Fehlerhaftes macht, dann geht es trotz alledem voran. Und Martinus hat in diesem Zusammenhang auch über Gesundheit gesprochen. Heutzutage in der materialistischen Wissenschaft, dann wissen wir ja, dass es gibt sozusagen Lebenssünden. Also Lebensstilsünden. Und man hat ja so fünf Lebensstilsünden. Man spricht von, wenn man sehr viel Alkohol trinkt, wenn man raucht, wenn man zu Fleisch oder zu viel fettes Essen isst und mit sehr Suche und Süßigkeiten und man motioniert nicht, man braucht seinen Körper nicht. Dann kriegt man also Herz- und Kerlkrankheiten. Man kriegt vielleicht Diabetes 2. Aber Martinus meint, diese Gewohnheiten werden dann auch zu Talenten und einer Krankheitszustand kann im nächsten Leben überführt werden. Wenn wir ein Organ sabotieren, dann wird die Talentkernen für Organbildung auch geschädigt. So nach der Martinus-Kosmologie. Wenn ein Kind mit einer Krankheit geboren wird, ist es, weil es hat auch eine fehlerhaftes Art und Weise im früheren Leben gehabt. Man überführt sozusagen seinen Gesundheitszustand zu den kommenden Leben. Und das hat mich ja sehr viel inspiriert. Als ich jung war, habe ich auch viel geraucht und getrunken und sowas. Aber dann habe ich daran gedacht, im nächsten Leben, dann werde ich ein ganz energisch und wilder kleiner Junge sein. Ich will nicht krank sein und dadurch werden, dadurch habe ich ja an dieses Buch, Die der aller Nahrung, gedacht, dass ich übertrage, meine Gesundheit zum nächsten Leben. Und das hat mir zu einer gesunderer Lebensweise inspiriert. Und ich finde ja, dieses Ewigkeitsperspektiv ist ganz inspirierend. Und alle sämtliche Martinus-Analysen mündet darin aus, dass man das alles ist sehr gut. Zwar, etwas ist sehr unangenehm, aber es ist trotz alledem gut, weil es hilft in der Entwicklung. So auf diese Art und Weise hat Martinus also sehr ein optimistisches Weltbild. Aber was am allerwichtigsten ist, wenn es geht um Gesundheit, das ist die Gedanken. Und Martinus meint, also im tiefsten Sinne, dann ist die Ursache zu aller sämtlicher Krankheit im Bewusstsein, also Gedankenfehler, Kurzschlüsse im Gedankenleben, ist die Grund zu aller Krankheiten. Und Martinus sagt auch, die Ursache zu aller Krankheiten ist Mangel an Liebe, Mangel an Nächstenliebe. Aber wer ist mein Nächsten? Und dann hat Martinus diesen Begriff sehr erweitert, weil er sagt auch, ja, aber die Tieren ist auch mein Nächsten und auch die Mikroindividuen meiner Organe und Zellen. Martinus sagt, wer konstruiert oder macht, er schafft unserem Schicksal auf drei sehr wichtige Gebieten. In unserer Relation zu anderen Menschen, unserer Relation zu den Tieren und Relation zu Mikrokosmos. Es gibt Leute, die sind sehr nett zu anderen Menschen, sehr nett zu den Tieren, sie sind Vegetarier, aber trotz alledem sind sie krank oder deprimiert und sowas. Das ist, weil sie haben das dritte Gebiet übersehen, das ist, man muss auch Nächstenliebe zum Mikrokosmos praktisieren. Und mit dieser Erweiterung von Begriffe von der Nächstenliebe kann man ja sagen, dass die Ursache zu aller sämtlichen Krankheiten ist Mangel an Liebe, Mangel an Nächstenliebe. Und wenn man krank ist, wie wird man da wieder gesund? Ja, sagt Martinus ganz einfach, der Weg zurück zur Normalität ist normal zu leben. Aber wenn man sich selbst während vielleicht zwei, drei, sogar vier Leben zerstört hat, dann kann es vielleicht auch zwei, drei, vier Leben nehmen mit normaler. Aber das ist auch gut zu wissen, den Weg zurück zur Normalität ist ganz einfach normal zu leben. Und wie soll man dann denken, um gesund zu werden? Es ist so ganz einfach, wenn man sich über die Existenz freut. Ich freue mich über das Leben. Ich bin dankbar für das Leben. Und das hört sich vielleicht an als ein absurdes Theater, aber man muss sich auch über das Unangenehme freuen. Weshalb? Weil es hat eine gute Wirkung. Man lernt was davon. Dann kann man, also ja klar, man kann sich über das Angenehme Gute freuen, aber wenn man sich auch auf das Unangenehme Gute freuen kann, dann schafft man wirklich eine sehr gute Gesundheit.